Hey Freunde und willkommen zurück zu Saw2. Im letzten Mal sind wir hier stehen geblieben vor diesen Dingen, weil ich keinen Bock einfach mehr hatte nachzudenken. Jetzt müssen wir nachdenken. Scheiße, es wird kein Weg dran vorbei. Außer ein Wunder, wenn ich das hier drehe, dann... Ich dachte, vielleicht verbindet sich alles automatisch. Nein, das ist aber nicht der Fall. So, wie machen wir das jetzt? Ähm, das führt da hin. Okay, das haben wir schon mal geschafft. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das heißt... Moment, ist das auch irgendwie anders als letztes Mal? Ich habe das Spiel ja neunmal gestartet. Nicht neunmal gestartet. Neunmal neu gestartet. Nein, das tue ich nicht. Ähm, und... Welchen Sinn würde es überhaupt ergeben, das Spiel neunmal neu zu starten? Keine Ahnung, das sind so... Vielleicht Tricks. Man weiß es nicht. Man weiß es noch nicht. Was rede ich? Ich weiß es nicht. Ich konzentriere mich und deswegen rede ich einfach nur Scheiße. Ähm... Das Ding muss ja... So. Oder so. Aha! Äh, das war ja voll einfach. Das war ja voll einfach. Moment mal, ich dachte, das wird jetzt etwas länger dauern. Naja, und was bringt mir überhaupt meine Schrotflintenweste hier? Speichert, benutzen. Benutzen Sie den Schlüssel, um das Lagierstudio zu betreten. Das Lagierstudio? Oh! Supi, da... Ich brauche einen kurzen Verhalten, okay? Komm, ich weiß, dass du etwas hast. Sind Sie ernsthaft? Wir sind in diesem Maze von der Erde, und du willst mich abholen? Das ist doch die, die wir gerade befreit haben, im letzten Part. Und schon will sie wieder sich Stoff zum Nähen, natürlich, Stoff zum Nähen geben. Hm. Kinder, macht das nicht nach. Holt euch keinen Stoff zum Nähen. Und auch keine Sandwiches. Okay. Ach, mein Gott. Nicht schon wieder. Ähm... Na komm, einfach so, so. Easy. Ähm... Das ist ja wieder das Gleiche wie vorhin. So, so. Na gut, das ist jetzt anders, aber... Ja. Und zack. Bam. Richtiger Profi werde ich drin. Im Schlaf mache ich das. Ich bin wirklich tatsächlich ein wenig müde. Gerade aufgestanden. Ah, und ein wenig Sorgen. Ist doch geil. Gehen wir da hinten hin? Wir sind ein bisschen verschlossen hier. Das geht ja. Könnt doch einfach dran hochklettern oder so. Nee, okay, doch nicht. Aber hier können wir klettern. So. Woher habe ich überhaupt diese Stange? Tja. Kennt ihr das? Man geht rum und hat plötzlich eine Stange in der Hand. Weiß nicht, woher man die hat. Passiert mir ständig. So. Oh. Wo ist das denn da hinten? Oh Gott. Die sieht gefährlich aus. Ich habe die Lüsten der Opfer mit der Lüste der Patienten, der karitativen Ambulanz verglichen. Einige interessante Namen sind dabei aufgetaucht. Cecil Adams, Mark Wilson, Paul Lee Hay. Alle bekannten Dix-O-Opfer einschließlich... Was ist das denn für ein Name? Einschließlich... Ito. Einschließlich Ito. Navarro. Und Navarro. Haben eine Geschichte mit Drogen. Es gibt nur ein Opfer, das nicht ins Schema passt. Seth Baxter. Okay. Was hat der Seth Baxter gemacht? Wahrscheinlich ist das der H.P. Baxter von Scooter. Aha. Hat er auch genäht. Mit Stoff. Was soll ich denn hier jetzt machen? Marks the Spot. Okay. Da hinten müssen wir so Sins schieben. Oder? Ja klar, klar, klar. Hier sind Schienen. Aber wir dürfen nicht von den Dingern getroffen werden, weil das Dynamit ist, oder? Nur Dynamit blinkt so und sieht auch wie Dynamit aus. Ja, nur Dynamit bringt so und sieht auch wie Dynamit aus. Das ist... Mein Zitat 2014. So, komm, 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 komm. Schaffen wir das? Ah! Okay, und jetzt noch eins. Das ist schon lustig. Ich sehe jetzt schon, wie ich da einfach gegenlaufen werde gleich. Ah! Und die Tausende Teile fliege, zerspringe. Ah! Weiter, weiter, weiter. Das müsste ich schaffen, das müsste ich schaffen, das müsste... Nein! Ui! Haarschaf, sage ich da nur. Haarschaf. Okay. Gut, ich dachte, da kommt jetzt etwas Heftigeres auf uns zu, aber... Ich habe den Überblick. Den Überblick zu behalten ist... Ja, das können doch Profis. Ich hätte das lieber nicht sagen sollen, weil ich werde gleich bestimmt in die Luft fliegen. Okay, alles klar. So. Verholen wir uns hier nochmal die Heilung. Verlopps, verlopps, speichert sehr gut. Hallöchen! Oh! Tschüss! Kein Ding, keine Zeit. Was ist das denn hier? Schnell vorbei, schnell vorbei! Heilung! Nein, 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 nein! Nein, versiegelt! Wo geht's hin? Bitte! Ach, hier! Boah, was habe ich doch... Hallo? Ja, klar. Ihr habt es natürlich gesehen. Ich weiß, ich weiß. Ihr seht sowas sofort und ich habe bestimmt hier irgendwo eine Puppe verloren. Ja, wäre ich ein Spielentwickler, würde ich hier eine Puppe verstecken. Ich bin gleich tot. Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und weiter, 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 weiter! Oh, nein! Versiegelt! Keine Spritze mehr! Das muss ich jetzt schaffen! Wow! Hätte fast X gedrückt. Meine Güte! Okay, alles klar. Genau, und der giftige Dampf kann natürlich hier nicht rein. Das ist, ähm... Das gibt sogar Sinn. Moment mal, hier sind Ventilatoren. Wow! Und ich wollte das Spiel gerade niedermachen. Hey, sorry, sorry, sorry! Sorry! Oh Gott! Ich muss das Spiel heute durchspielen und heute hochladen und rendern für euch. Weil ich überlebe das nicht. Ich werde wahrscheinlich entführt von Jigsaw. Hey, Rolly. Du meintest, Saw ist unrealistisch? Dann lass uns das mal testen. Ja, es ist unrealistisch. Warum? Weil Saw ein Film ist und du eigentlich nicht existierst. Was? Ich habe ein Puzzleteil gefunden. Okay, jetzt kann ich hier... Ach, war das einfach nur so ein Zwischenpunkt, oder was? Das war einfach nur ein Zwischenpunkt. Wir müssen weiter. Oh, nein! Oh, nein! Aber... Aber wohin? Dahin! Gib's dir! Gib's dir! Oh, scheiße! Ja, ich habe... Was ist mit dir passiert? Meine Freundin spielt hier gerade Minecraft nebenbei. Bist du gestorben? Ach so, du wolltest... Oh, du hast Pfeile im Gesicht. Ich kann schon ahnen, was passiert ist. Du hast vergessen, wie du den Bogen benutzt. Oh, nein, 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 nein. Oh, nein, nein! Ey! Was? Ein Nagel wird benötigt? Man hat ja noch voll viel Zeit. Ich hätte die Gesundheitsinjektion viel später einfügen sollen. Das kann man ja nicht wissen. Und rein hier. Das war haarscharf. Okay, zack. Und nimm. Okay, das war jetzt echt Verschwendung. Hätte ich das gewusst, natürlich. Okay, das... Sing ist tot. Ich komme mit dem Namen durcheinander. Meine Güte, wer ist Sing? Hat der etwa gesungen? Oder... Und musste deswegen getötet werden? So. Okay. Ich weiß so, dass John Kramer jetzt... Hier, das ist ja Jigsaw, hä? Genau, hat mir einen in den Kommentaren geschrieben, klar. Ja, so, wann habe ich das letzte Mal so geguckt? Boah, das ist Jahre her. Jahre. Ähm. Okay, das ist schon komplizierter. Das ist schon komplizierter, ja. Aber machbar. Aha, ich glaube, wir müssen hier einen anderen Weg einschlagen. Zu diesen hier. Okay, das muss auf jeden Fall so bleiben. Oh, nein, nein, nein. Das tut weh. Moment mal. Ja, 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 klar. Bleiben wir mal so. So, erst mal so. Dann haben wir das hier verbunden. Das geht da hin rüber. Hier. Ah, nein. Scheiße, das funktioniert nicht. Das funktioniert auch nicht, oder? Doch, wenn es da oben hingeht. Ach so, das wird so... Ach so, okay. Oh, Mann, das ist unser Problemkind hier. Ähm. Ach so, dürfen sie sich kreuzen. Okay, genau. Ach so. Ja, dann. Zack. Okay, 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 okay. Bist du sicher, dass wir runterspringen? Sollten? Hier? Unten? Hm. Okay, es gibt keinen Weg nach oben. Detektiv Zing ist tot. Er hat gesungen. Im Einsatz ermordet. Oh, mein Gott. Wie konnte ich auch anders? Er hat erst mit Justin Bieber angefangen, Songs von ihm nachzusingen. Und dann... Miley Cyrus. Ich muss den töten. Wir haben Jigsaws Werkstatt gefunden. Er hat Sprengladung versteckt und Zing wurde umgebracht. Ich wurde von den Ermittlungen ausgeschlossen. Detektiv Carey kam heute Morgen ins Krankenhaus und hat es mir berichtet. Ich habe das Gebäude ohne Befugnis betreten und mein Partner wurde dabei getötet. Ich weiß nicht, was mit der Untersuchung weiter passieren wird. Sing, es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Okay. Ah, es geht doch nach oben. Ähm, schließen können wir das? Okay, hat sich schon für uns erledigt. Hallo, komm. Boah. Was habe ich getroffen? Yes. Mit der Stange in den Magen. Und hier seht ihr eine schöne Wand. Alles klar. Zack, hast du gesehen? Nein, Jigsaw, das mache ich mit dir auch. Nur noch heftiger. Richtig brutal mache ich das. So, und komm. Gib Gas. Oh, ich muss die Dinger bewegen. Alles klar. Bam. Hatten wir auch lange nicht mehr. So, nehmen das Ding. Nehmen das Ding. Ba-ba-ba-ba. Hey. Du hast einen Nagel. Sehr gut. Ähm. Ah. Was? Ich habe ein bisschen erschrocken vom Licht. Okay. Alles klar. Wir hätten da oben hingehen müssen. Da gab es bestimmt irgendwie, ähm, eine Puppe oder sowas. Naja, ist jetzt nicht so wichtig. Ich glaube, hier gibt es wieder ein Rätsel. Ah, supi. Supi, supi. Rätsel. Bisschen denken. Bisschen das Gedächtnis stärken. So, ist gut für Leute, ob 60 oder 70, die ihr Gedächtnis wieder auffischen wollen. Bisschen trainieren. Ereignisse im... Oh, sorry. Typ Officer Erschießung tot. Melden des Officer Deppel... Beschreibung der Vorfeld... Deswegen hatten wir das Ding. Deswegen wollte ich... Heu, ihr Lieben, geht kacke. Lest euch durch. Alles klar. Irgendetwas mit Detective Depp. Alles fliegt in die Luft und so. Aber das ist ja alles... Alles fliegt immer hier in die Luft. Gleichkeit, komm schon. Gib Gas. Ich möchte schneller fahren. Miau. Richtiger Profi werde ich hier schon. Zack. Okay. Ich seh schon rote Spuren. Das heißt, wieder irgendetwas so perspektivisch. Perspektivistisch. Weißt du? Ähm. Hohoho. Okay. Suchen wir einfach mal das Puzzleteil. Es ist ja meistens so, dass wir einfach auf ein Puzzleteil stellen. Uns auf ein Puzzleteil stellen und einfach glücklich werden. Guck mal, hier ist sogar eine rote Farbdose. Gott, so viel Liebe zum Detail. Fünf. Hier ist eine Fünf. Das ist eine Fünf. Seh ich jetzt schon. Michael. Komm, mich heute besitzen. Okay. Da. Puzzleteil. Ach, da. Vier. Vier. Vier, fünf. Was sehe ich wieder nicht? Was sehe ich wieder nicht? Vier, fünf. Zwei. Vier, fünf, zwei. Gott, die Zeuhe kennt man ja kaum. Vier, fünf, zwei. Sehr gut. Zack. Ist eigentlich irgendwie ein bisschen billig mit diesen roten Puzzleteilen. Vier, fünf, zwei, oder? Ja, genau. Vier, zwei. Kleiner Spaß. Vier, fünf, zwei. Einmal zu mitnehmen. Danke. Da ist eine Spur. Kriegt ein. Hussi. Wuh. Easy peasy. Und hier haben wir ein Opfer. Ich kenne mich. Einige der Chemikalien in diesem Ort haben nicht richtig enthalten. Oh Gott, tut das mir weh hier? Nein. Äh. Ih. Ganz Boden hier. Ah, wer macht das denn dann sauber? Wie macht man das überhaupt sauber? Oh nein, das wird sich durchärzen durch die ganzen Planeten. Das ist durch die Erde. Oh nein. So, Exit. Ja, das war jetzt mal ein bisschen schwer. Das war echt herausfordernd. Boah, krass. Okay, Freunde. Ich mache jetzt hier erst mal einen kleinen Schnitt. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder von Zaw und werden dann wahrscheinlich wieder jemanden befreien. Ich freue mich, dass du weiterhin zuschaust. Und ja. Bewertungen, Kommentare sind super. Und dafür spiele ich für euch. Hallo, ich opfer mich für euch und spiele. Gott. Was für ein größeres Opfer kann man denn bringen? Und was bringt mir immer noch diese schutzsichere Weste? Ne, ist ja keine schutzsichere Weste. Ist eher eine... Ich nehme dir den Schutz der Sicherheit. Ich nehme dir den Schutz sicher weg, Weste. Haha, verstehst du? Okay, bis zum nächsten Mal. Euer Holly.